ARD Text im Auftrag des ZDF Das ist ja auch zu schwacken. So nervig. Jetzt hab ich mir selber ein Knie geschossen hier, wollte ich grad sagen. Ob ich da liegt. Nee, ich bin tot. Okay. Aber jetzt nur wirklich. Wir müssen es schaffen, ich muss die Däure hier wegdrücken. Ja, vielleicht kann ich irgendwie dir die Dinger da wegnehmen mit dem Amadeus. Alter, warum musst du das denn immer wieder machen? Das ist meine Art, Dinge zu lösen. Ich probier's einfach immer wieder. Ja, und ich muss jedes Mal zurückrennen. Da kann ich doch echt da vorne warten. Aber jetzt bin ich wegen dir gleich tot. Obwohl, ich könnte doch mit dem Zauberer... Könnte ich doch hingehen und da zumindest eins oder so wegnehmen und über dich drüber befördern, weißt du? Nee, du könntest auch mal so ein Ding hochheben und gucken, ob du das einfach in so ein Säureloch stecken kannst. Weil die sind säureresistent. Und die bleiben ja irgendwie kleben. Nee, die bleiben nur an der Oberfläche kleben an irgendeiner hier. Versuch's doch mal in so ein Säureloch reinzustecken. Was hab ich hier gerade gemacht? Boah, ich hab halt die beste Idee, die ich voll gesehen hab. Ja, hast... Ja, genau, das hab ich auch gesehen. Yeah. Okay, dann haben wir nur noch ein Problem, sagste. Also... Ah, jetzt kommen die Dinger zumindest nicht mehr. Guck mal. Ah, und ich hab noch was gesehen. Oh. Oh, ich schwing zu viel. Ich bin tot. Das war zu viel Schwung. Ja, da kannst du dich auf. Jetzt nicht sterben! Hey, benutzt den Hebel. Nee, geh erst zum Checkpoint. Was macht denn dieser Hebel jetzt? Pass auf, du hast noch einen... Ja, danke. Was hat denn der Hebel jetzt gemacht? Achso. Oh nein! Du hast diese Plattformen, die dann wieder runtergehen. Diese Plattformen, die wieder runtergehen? Ja, auf denen man springen kann. Ich weiß, was du meinst, aber... Da unten... ... kann da magisches Wasser hin? Das glitzert so. Nee, das war aber nur von... Ja, das war nur von... Das war nur von einem... Das war nur von einem Gegner, ähm... Erfahrung vom Glück. Oh, 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 oh. Ah, ich werde sterben. Ja, okay. Okay, dann mein Versuch. Ich bin hier oben auf jeden Fall. Da, da hab ich geklappt. Ja, lass mich wenigstens... Jetzt kann ich den echt nicht mehr benutzen? Nee, doch, kann ich wohl. Soll ich zumindest das schon mal? Kann ich jetzt als Amadeus das Ding ja auseinander nehmen? Okay. Kannst mich aber wiederbeleben. Könnte ich machen, ja. So, ich hab die Dinger da oben geholt. Das heißt eigentlich nur noch, dass sie runterkommt. Aber das verbindet sich da unten auch zu einer kompletten Masse, ne? Was? Ja, genau. Du kleine Huwe, wa? Guck mal, mein Hut hab ich verloren! Was glaubst du, wie lange ich das durchhalte? Viel zu lange, glaub ich. Viel zu lange. Viel zu lange. Viel zu lange. Ich müsste irgendwie mit Tesafilm den Joystick einfach so ein bisschen festkleben, dann könnte ich auch einfach weggehen. Kann man da sich irgendwo festhalten? Da unten kann man sich festhalten. Guck mal, der weiß dir in die Eier, hast du gesehen? Der weiß dir in dein Genital? Ist es nekt. Ich bin durch. Aber da ist ein Gegner, der mich gleich töten wird. Nein! Da ist noch ein Gegner hinter dir. Ne, das bin ich. Da ist ein Checkpoint. Oh. Jetzt irgendeine coole Statue. Oh, hey. Oh, da sind Tentakeln. Oh, hey, da sind noch mehr. Der wird uns von der Brücke runterstoßen. Achto. Kleine Hure, ich wusste es. Wir haben den Checkpoint nicht mitgenommen. Kann das sein? Ja. Haben wir hier noch einen? Okay. Was ist für technische Mittel hier unten sind alles, ne? Guck mal. Guck mal. Guck mal da durch? Ne, kommt man nicht durch. Ohne weiter anstürmen. Ne, auch nicht anstürmen. Dann werden wir mal hier oben gucken. So, hier kann man mit Soja was machen. Ich weiß nur nicht, was es bringt. Hier ist ein Hebel. Da oben kannst du, glaube ich, was kaputt machen, Marshall. Guck mal bitte. Ich könnte Fischmenschengegner kaputt machen. Okay, das ist natürlich eine Idee. Oh, ich hab hier auch einen. Wie mach ich denn meine Spezialfähigkeit nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hast du denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Es passiert überhaupt nichts. Hätt ihr das? Das klingt, als würde etwas klemmen oder als wäre etwas kaputt. Wie benutze ich denn meine Spezialfähigkeit bei Soja nochmal? Ganz kurz gucken wir hier. Kosten. Information. Nein. So, okay. Schließen. Einstellungen. Steuern konfigurieren. Soja. Biegen. Liegt immer aus, dass der Tarnung umschallt. Okay. Okay. Hier ist die Tarnung. Es passiert nichts. Hast du den zweiten hier auch genommen? Ja. Okay. Da kannst du was gut auch, da kannst du dich hochziehen. Ich weiß aber nicht, ob ich das hinkriegt. Du hast ihn gekriegt. Oh, ich habe mich ja fast festgehalten, hast du gesehen. So. Schaffst du das? Das denn? Hier oben geht es weiter. Oh, hier drüben geht es auch weiter hier drüben. Sogar ein Checkpoint. Da ist ein Checkpoint? Ah, da oben. Ja, ich glaube, dass wir den aufmachen können, sobald wir hier das Rätsel gelöst haben, oder? Oh, hier geht es richtig runter. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Kommst du? Ja. Danke. Kill doch mal. Schieb mir dein Leben. Es sieht nach einer weiteren Aufgabe für den Zauber aus. Das wird die... Nein, für den Krieger. Ey, jetzt wirf da nichts von runter. Was soll das? Du bist so ein Mongo, ey. Du bist so ein kleiner Troller, ne? Ich würde mal sagen, du versuchst den Dampf da oben reinzuleiten. Denkst du, da passiert irgendwas? Dann. Alter, was ist das für eine Matrixkacke hier? Wie schaffen wir das denn? Das haben wir jetzt mit dem Weg. So vielleicht. So vielleicht. Aber... Vielleicht kommen wir da so dran. Das ist natürlich ultra gut. Alter, was ist das denn für eine Scheiße hier mit den Dingern? Du bist wieder sehr hilfreich, muss ich sagen. Ja, man tut, was man kann. Aber das kann sich auch nicht anders hier anschließen, ne? Wenn ich das anschließe, ist es zu groß. Was ist denn, wenn ich... Das ist nicht dieselbe Höhe, ne? Das ist nicht dieselbe Höhe. Jetzt fehlt uns quasi so ein... Ja, es fehlt uns aber ein... Quasi ein langes Stück. Oh, das kann man auch machen. Kann man das da auch abmachen? Das kann man nicht abmachen. Was soll ich damit anfangen? Ich glaube, wenn du sie befestigst, arbeite die Pumpe unten wieder. Ah, richtig. Natürlich. Jetzt haben wir hier noch ein Verlängerungsstück. Ich hab' gar nicht gesehen, dass man das abmachen kann. Komm, halt dich dran. Ist immer noch zu tief, ne? Oh ja, kein Thema. Hier oben ist auch noch so ein Verlängerungsstück, oder? Ne, das geht nicht. Das kann man nicht sehen. Vielleicht... Gott. Was mach ich das dann noch oben drauf? Und dann müsste das doch eigentlich funktionieren, oder? Dann wollen wir einfach mal runter. Müssen wir mal gucken. Also wir haben's drauf verbunden. Ja, das ist die grüne. Ja, das ist grün. Was müssen wir da jetzt... So war es ja rot. Das müssen wir jetzt... Alles... 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 Alles geht das Wasser runter. Okay. Und ich muss aber ganz schön arbeiten, die... Kollegen. Ach, hier unten geht's noch weiter. Mal eben. Aber wieder wissen wir's gekriegt. Ein Punkt noch, dann haben wir schon wieder ein Level-up. Ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hab. So, jetzt haben wir hier... Da können wir uns hochziehen, glaube ich. Nicht? Ähm, bin nicht. Warte mal, vielleicht, wenn ich uns ein bisschen erhöhe. Da ist nix, oder? Hallo? Was ist denn hier los? Ah, warte mal. Ich hab' ne Idee. Wir müssen... Ich muss das fast da hoch. Das kann ich bestimmt an das Ding dran hängen, oben. Schau, was ich hier hab. Oh, weiter geht's nicht. Komm, halt dich fest. Das geht nicht ganz hoch. Das geht nicht ganz hoch. So. Bei Fässern mit einer Planke in Verbindung. Das kann man nicht komplett rausheben. Hm. Ehrlich nicht? Leider nicht. Warte mal, vielleicht... Komm' man da irgendwie... Komm' man da irgendwie hoch... Warte mal, ich mach' jetzt hier noch ein Pass davor. Äh, kein Pass mehr. Wir müssen uns nur irgendwie kurz da oben an der Kante uns irgendwie hinstellen können. Dann müsste es eigentlich machbar sein. Ja, da komm' ich nicht hoch. Ist zu weit. Bob, der Baumeister. Ich fühl' mich echt wie so'n... Komm schon. Ich könnte ja noch ne zweite Kiste machen, wa? Ach jetzt... Warum kann ich denn nur noch zwei machen? Seit wann kann ich denn das? Oh, das ist doch Bullshit. Mach' mal deine komischen Sachen weg. Aber willst du jetzt? Ja, glaub' ich ne Idee. Okay. Wir rollen das fast da durch. Du stellst ne Kiste hin. Dann machen wir die Kunte wieder an. Das Wasser drückt's wieder hoch. Und das Pass bleibt drüben und wir können hochspringen. Das könnte durchaus funktionieren. Außer es rutscht jetzt hier. Nein, Hilfe. Das reicht schon, ne? Du kannst doch einfach drinnen bleiben. Ja, das stimmt. Du tauchst dann drunter durch, oder was? Ja. Gut. Ja, da kommt Wasser. Oh, wie schnell genug? Auch noch. Auch nicht schlecht. Gut. Dann hätten wir das Problem auch gelöst. Das sieht irgendwie kaputt aus hier, ne? Das Spinnennetz meinste? Ey, die Brücke auf der wir hätten laufen müssen. Aber das hat doch irgendwas zu bedeuten. Guck mal, da oben ist wieder so ein Fässchen. Oh. Fischmenschen. Fischmenschen. Oh, jetzt, hier kommt Säure. Hier kommt Säure. Hier kommen auch Spinnen. Oh, jetzt hab ich grad noch. Komm. Schwinn, komm da auf. Die packe ich in die Säure. Aber er wirft mich ja die ganze Zeit ab. Kann ich dir nicht sagen. Der da unten. Das ist doch mal so konzipiert, dass ich meine... Das ist genauso konzipiert, dass es genau nicht passt. Das ist so. Das ist ja dann. Vielen Dank.